RfH präsentiert Kabarett Genial im November mit Jan Jan. Da haben wir so manche Stunde gesessen da in früher Rund und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Das etwas andere Musikkabarett, kein schöner Land. Im November in Quedlinburg und Bernigerode. Dankeschön! Die Zeit ist reif für ein neues Smartphone-Design. Ja, stell dich mal vor, das Glas, absolut bruchsicher, das wäre gut. Das Gehäuse im gedengelten Kupfer-Retro-Look. Ergonomisch perfekt angepasst, mit integrierter Schallschutzkabine. Und jetzt haltet euch fest, so etwas gibt es auch schon. Das neue Samsung SHS, ja, das hat sogar ein Touch-Display, in Augenhöhe. Ja, hallo, freut besonders die Orthopäden. Wisst ihr, wie man die heutige Generation oft nennt? Generation Head Down. Ja, echt? Was meint ihr, was das mit der Halswirbelsäule anstellt? Ja, wahrscheinlich heißen die irgendwann... Generation Quasimodo. Ticket-Infos und das gesamte Programm im Überblick finden Sie online unter www.kabarett-genial.de Maker-Infos und das M